Heute Morgen gegen 8.30 Uhr kam es auf der Bundesstraße zwischen Schotten und Betzenrot zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 30-jährige Frau aus Schotten tödlich verletzt wurde. Sie war mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Laubach unterwegs und kam aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit dem Auto eines 89-jährigen Mannes aus Schotten. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später an der Unfallstelle verstarb. Der 89-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein guter Achter hinzugezogen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn der Bundesstraße für mehrere Stunden vollgesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Osthessen News. Sehen, was bewegt.